Musik Aufnahmen sieht man das doch gar nicht wegen den FPS, dann ist das nicht so schlimm. Ja, aber mich nervt es halt beim Spiel, wenn ich einfach von 200 FPS auf 30 runtergestockt werde. Achso. Wow, wow, creeper, fuck. Alter, weißt du, was auch geil wäre? Nein. Chrissy. Ja? Ja, wenn wir das hinkriegen würden, dass wir abwechselnd aufnehmen, ist ja immer so heftig, das müssen wir in der nächsten Season machen. Haben wir mit abgeguckt? Wie abwechselnd aufnehmen? Ja, Johannes ist doch sowieso viel zu dumm, sowas zu machen. Nein, ja, ich... Und viel zu faul zu rendern. Warum soll ich dafür zu dumm sein, sowas zu machen? Und zu faul zu rendern, und zu faul zu schneiden, und zu faul sich die ganzen Programme zu holen, und zu faul 30 FPS zu spielen. Das stimmt, Alter. Ja, wenn überhaupt, Hendrik und ich abwechseln, weil der Hendrik ist da schon geprobt, ein bisschen. Den wollte ich eigentlich irgendwo da hinsetzen, diesen Erbflöster. So, warum spawnen ja eigentlich Monster? Jetzt mal ein bisschen hier. Ich muss kleiden. Fuck, hell. Kann man was drüber? Oh, tatsächlich. Chrissy. Ja. Ich liebe dich. Oh, ich dich auch, mein Schatz. Alle, du bist so sch... Sound muted, sound resumed. Mach, mach bitte nicht den Minecraft-Chat diesen komischen Zwei, der sieht einfach nur komisch aus. Der sieht echt komisch aus. Der sieht bei mir so aus wie so eine Schneeflocke irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das von Textepec abhängt, die Schrift. Nee. Nee, also bei mir ist es so standardmäßig. Wie viele Diamanten hast du schon, Christi? Keine einzigen. Stell dir vor. Das glaube ich dir aber. Warum nicht? Ich hätte, du tust jetzt geheim so eine übelste Basis aufbauen und alles. Ja. Rächst du dich eigentlich noch für unseren Troll damals? Ich werde mich an allem mal rächen. Aber eigentlich muss ich wirklich ja sagen, das habe ich ja schon letztes, ähm... Haushuhn. Ähm, dingens. Das letzte Mal schon gesagt, dass ich ja eigentlich mit dem Troll gar nichts zu tun hatte. Mit was denn? Mit welch mit Troll? Ja, mit dem, wo du in die Lava gefallen bist. Das war eigentlich alles Johannes. Ach, für eine Lava. Ach, dafür sollte ich mich noch repassieren. Da hatte ich ja gar nichts mit zu tun. Das kann ich natürlich machen. Was laberst du mit der Pistenfalle? Da hattest du doch... Da hat der mir zusammengebaut. Nein. Halt's mal, Hendrik. Aber Hendrik, weißt du, an was ich mich... Über du hattest die Idee. Johannes, sag mal kurz ruhig. Ich weiß mich noch... Ich weiß noch, an was ich mich rächen kann bei Hendrik. Ja, wo ran denn? Die Kiste, die du einfach mal umgebaut hast und versteckt hast. Welche Kiste? Und ich ewigst lange in der Hand abgeschlagen hab. Die Kiste, ja, in der Aufnahme, das mein ich und Johannes. Das kannst du nicht. Nein, weil alle haben auch du und ich gebaut. Ja, wir waren alles zusammen. Kannst du mich... Was soll der Scheiße? Ja, ich werde mich an euch beiden rechnen, ganz einfach. Warum kannst du dich dann genau an mir dafür rechnen? Und speziell an dir, Hendrik. Warum? Ja, ganz einfach. Weil ich's kann. Ja, Chris, wenn du bei mir mehr machst als bei Johannes, dann musst du wissen, dass ich mich extrem bei dir rechnen werde. Warum denn? Ja, ich will jetzt schon mal sagen. Ich finde, ich war gleich 50,50. Das hat gemacht. Ja, nee, ich werde euch bei euch bei euch bei einem starken Rechnen. Und da hat ihr vielleicht ein bisschen mehr Hendrik. Und dann vielleicht geht er sich halt auf. Ja, warum? Weil mir mehr? Was hat man mehr gemacht? Ja, allein schon wegen der ganzen Aktionen in der Schule. Hast du einfach schon mehr verdient? Ja, okay. Das sollten wir nicht auszocken ausüben. Wir werden einfach mal abwarten, ein bisschen Tee schlöpfen und sehen, was es der Tag bringt. Und wer als erstes getreuht wird? Ach, der Butterbirne. Nee, nicht lustig. So, natürlich. Oh, coole. So, coole. So, coole. So, coole. Der war ja lustig. Oh. Christi, was willst du bauen? Weißt du schon? Ja, in der Tat. Was? Ich werde mir ein... Also als allererstes werde ich mir ein Ding bauen. So eine... Ein Ding? Nein. So eine Ding? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das soll so eine... Ah ja, so ein Ding. Hahaha. Nee, das soll so eine scary Menschen bauen. werden. Also so eine... Scary Menschen. Was? Das ist eine scary Menschen. Eine Menschen. Also eine... Warte. So was. Das heißt eigentlich Bude oder Haus oder keine Ahnung wie das heißt. Egal. Auf jeden Fall sollte es so ein... Aus... Komplett aus Stein so eine... Bitte halt werden, die so übelst gruselig ist mit zu fallen und so ein Zeug. Ah, du brauchst so ein Gruselkabin, ne? London Dungeon oder so was? Mit Gitterstäben und so. Und das halt als... Du brauchst jetzt mal was anderes wie deine Holzhütte. Ja, und das halt als Haus. Und das geht halt dann noch unterirdisch und dann baue ich vielleicht noch so... Wenn du... Wenn das geil wird, dann... Dann bist du echt... Dann hast du unseren Respekt, yo. Dann mach ich echt so. Dann mach ich auch noch so einen Raum, wo dann irgendwie so Creepers spawnen oder so ein Scheiß. Wie lange das dauern muss, ja. Dann baue ich noch so unterirdisch. Alter, wir müssen dieses Mal unbedingt ne Monsterfalle bauen. Boah, ich hab fette Idee, wenn... Wenn... Statt mal nem Ding, statt nem... Ähm... Das muss doch fettgeil aussehen. Na, so extrem viel Arbeit. Ja. Du brauchst aber dafür halt nicht so scheiße, nur ich nicht so viel Gold halt. Jo. Das spart mir halt das ganze Farm. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Fröhle. Ich hab mehr Bock auf rumreißen. So. Aber jetzt... Wo was baust du und was baut denn eigentlich momentan? Boah, ich hab die perfekte Idee. Ich glaub, ich baue das. Hendrik, was baust du? Ja, ich werd wieder meinen, äh... Also, was heißt wieder? Ich hab dir noch nie ne Aufnahmen in diesem Tempel da. Aber jetzt halt viel besser. Nachmacher. Was heißt Nachmacher? Hey, man baut ihr eigentlich... Und wo baust du, was baust du momentan, Christian? Ne, momentan baue ich grad gar nichts. Oh, so. Ja, toll, da sinkt die FPS gar nicht, wenn ich meine Render Distance hochstelle. Na, Alter, ich hoffe, wir sind nicht, ähm... So übel weit auseinander als das für ätzend ist. Ja, deswegen wollte ich jetzt mal fragen, wo lauft, äh, wo seid ihr? Ja, warte, ich sag dir mal meine Koordinaten. Ja, ich schreibe mir jetzt erst mal meine Koordinaten auf den Zettel auf. Ah! So, was haben wir denn hier? Oh, fuck. Ich werd der Christis wieder so übel weit gelaufen, Alter. Das ist echt so. Okay. Ich hab keinen Zombie gehört. Okay. So, minus 250, 250 war das ungefähr. Voll geil zu merken, eigentlich. Alter, wisst ihr noch? Es war noch so ätzend. Da hatten wir diese eine Aufnahme, wo wir jetzt nicht hochladen konnten wegen dem Sound. So weiß ich noch ganz genau. Da waren wir in Minecraft drin. Da bin ich aufs Klo gegangen. Da bin ich wieder gekommen. Und dann ihr so, ey, wir können die ganzen Aufnahmen nicht benutzen. Wieso? Aber bei allem hattest du ein liebel coole Haus, ey. Und auf einmal gebt ihr mir so ne Schreckensnachricht, Alter. Und du hattest ja so ein cooles Haus, Mann. Ja. Das ist echt so. Das Wallhaus. Ach, jetzt kannst du einfach nicht mehr das wieder. Aber das ist doch kacke, wenn du genau das selber baust. Aber wo ihr baut. Also, mal die Koordinaten sagen. Ja, warte. Ähm. Ich. Äh. Minus 280. X. Minus 280. Und Z ist 90. Okay, dann baust du genau hinter mir. Also. Echt? Ein bisschen weiter halt hinter. Weit weg oder nicht? Wie geil das wär. Wie geil das wär. Wenn ihr zwei Meter nebeneinander seid und es nicht gesehen hättet, das wär's lustig. Nee, ich muss grad echt ein bisschen. Alter, wie ich's grad stürmt, ey. Warte, ich brauch. Nee, ich mach jetzt nicht mein Fenster zu. Ich brauch frische Luft. Kennst ihr das? Wenn du den ganzen Tag das Fenster zu hast und dann irgendwann ist es so richtig, richtig ruhig im Zimmer. Vor allem, wenn wir noch ein bisschen kleineres Zimmer. Man kommt zum Mutter rein. Ey. Hier stinkts. Mach jetzt auch. Extrem. Extrem so. So. 108. Äh, 280. Minus 280. Ja, stimmt, du bist da auch, bist du auch im Gebirge? So ein bisschen. Ja. Ich hab ja gesagt, ich brauch so ein fettes Penthouse. Nice. Dann bist du ja ganz bei mir in der Nähe, glaub ich. Echt? Ja. Also wenn du... Hast du da oben schon so ein bisschen, äh, so... Ich hab da schon ne Hütte dran. Also den, den, den obersten Stock vom Penthouse hab ich schon. Sind da so Erd, so ein Erdwall an der Seite? So ein Grader? Mh... Nein. Egal, du kannst ja nachher einfach mal herkommen. Ich komm jetzt einfach gerade. Okay. Eh schon unterwegs. Kann ich auch gleich mal vorbeigucken. Ups. So. Alter, meine Nase ist irgendwie zur Zeit mega zu, mega verstopft. Ah, ich glaub ich hab... Ja, ich seh dich. Wir sind echt nicht weit auseinander. Echt? Ja! Wir sind extrem nah zusammen. Wo bist du? Ah, ich seh auch schon deinen Namen. Ja, du musst einfach nur über die Bergkette da laufen. Schau, dahinter. Schau hier. Ja, da in Richtung wo ich gucke. Ja, und wo baust du? Da, genau hinter dem Berg. Ah ja, ich seh ja schon, ähm... Oder hast du da was angepflanzt? Ach, keine Ahnung. Nee. Aber da hinten baue ich auf jeden Fall. Ist ja cool. Ja, das ist extrem cool. Extrem praktisch. Dann schau ich doch gleich mal, was du hier schon gebaut hast. Ja, okay. Ja, ich warte, ich kann ja mal so die Vorstellung sagen. Ja, die Richtung baue ich auch. Den Berg runter. Also warte mal so. Alter, geiler Ausblick. So, warte, ich zeig's jetzt mal. Komm mal mit. Warte. Warte. Sag mal hin. Ja, das war so klar, dass du wieder die Trüe schaust. Ja, komm, muss sein. Für die Zuschauer. So, also. Wo müssen wir jetzt hin? Hä? Hier, warte. Ja, ähm... Geh einfach mal... Ach so. Hier, komm, hier. Hier geht's runter. Oh Gott, voll verwirrt. So, also schau. Meine Vorstellung. Ich hab dir gesagt, ich baue was riesiges. Erstmal schon mal hier runter. Hier geht's komplett so die Stöcke immer runter. Oh, da darf man nicht runterfallen. Ich hab schlechte Erfahrungen mit dir. Da stelle ich mich nicht an die Kante. Ja, ich... Wir machen das nicht, okay Chris. Wir machen das nicht am Anfang. So, und jetzt schau mal hinten diese fette... Dieses fette Lockdown. Oh, schlag hier nicht irgendwo rum. Ja, ich schlag hier schon nicht drauf. Alter. Da wird alles mit Glas vollgebaut. Alter. Und es wird dann ne Stöcke und es wird alles unterirdisch verbunden. Und es wird dann drei so richtig groß. Also wenn du das machst, dann wäre das echt... Ja, das ist so... Schau mal, das Huhn hat Nei gelegt. Schau mal. Schau mal. Soll ich mir das holen? Mein Huhn. Mein Ei. Du Ei. Reins. Nein, nein. Du bist schon vor mir. Komm, Huhn. Gib mir dein Ei. Ja. Ja. Nein. Ich will nicht runterfallen. Ach du? Ja. Ja, dann schleich dich jetzt runter. Ne, ich höre das jetzt aber als Belohnung bei dir ins Haus reinwerfen. Mal schauen, ob da ein Haushuhn wächst. Äh, wächst. Dein Haushuhn. Ja, voll geil. Sonst wollte ich mir eigentlich zulegen. Die Fackel schenke ich dir nicht. Doch, die Fackel schenke ich dir. Ich tue nochmal neben deine Kiste. Ja, warte, Chrissy, ich komme dann kurz zu dir, okay? Ja. Darf mal vor. Ah, du hast kein Haushuhn bekommen. Schade. So, ich renne dir hinterher. Wo ist es hier, oder was hast du gemeint? Ähm, ja einfach, einfach gerade auf. Das ist ja mal immer extrem lustig, das ist ja einfach so. Ja, das ist cool. Ja, ich hoffe, Hendrik ist es nicht allzu weit weg. Ja, okay, ich hab jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel gebaut. Ich hab jetzt halt eher so ein bisschen runter in die Mine halt. So, schau da, schau da links drauf, da schau, da baue ich dann so, da schau, da baue ich dann so ein, also so ein Penthouse, halt so ein ganz kleines halt. Und da unten schau hier runter. Als erstes haust du mal oder was? Ja, da hier runter, den Berghang runter, da ragt dann das Haus so raus. Oh, geil, nice. Ja, und weißt du schon, wo du deinen komischen Dings dahin machst, wo du gemeint hast? Ja, das ist ja das da unten. Und hier hab ich halt so ein bisschen meine kleine Ausstattung halt. Warte, ich muss dir was zeigen. Ups, sorry. Das war jetzt nicht mit Absicht. Und seit es ist nice. Und die findest du sowas? Findest du sowas? Findest du gut, oder? Ja. Findest du auch gut. So. Ja, jetzt war ich erstmal wieder hier. Na ja, wir dürfen nichts handeln. Ja, stimmt. Das haben wir gesagt. So, alles klar. Dann weißt du auch, wie es bei mir aussieht. So, dann Hendrik, kannst du jetzt dann langsam mal deine Koordinaten da rausrücken? Ich bin grad, äh, in der Mine. In der Mine? Ja. Hey, wo geht's denn jetzt nochmal zurück? Alter. Ah, jetzt, da weiß ich's. Ja, okay, dann mach ich das später. Ja, ich mach mal hier kurz. Hey, Chrissy, direkt unter uns ist in der Mine, gell? Ernsthaft? Ja, ich hab da schon. Aber ich hab sie noch, also ich bin noch gar nicht reingegangen. Ich hatte so viel Zeug, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich hab direkt unter mir einen Spalt. Oh, das muss ich dir zeigen, warte. Ich komm mal kurz. Das sieht extrem cool aus. Ich hab mir auch eigentlich überlegt, was zu machen. Wo wissen wir jetzt hin? Ja, warte, ich bin grad hier irgendwo Kohle abbauen. So, ich komm wieder zu dir, oder? Bist du runtergegangen oder hoch? Nee, ich lauf jetzt einfach. Ja, ich bin, äh, bei oben. Also, ich komm jetzt einfach wieder in dein Haus rein. Hier, ich bin unter dir. Ja, warte, komm mal. Achso, nein, bleib gleich unten. Ups. So. Hier? Ja, ne? Nein, 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 nein. Ja. Okay. Was wird hier eingebaut? Mach mal Tür zu, bitte. Ja, warte. Okay. Dann mach Dusch kurz. Warte, ich möchte nur so ein Loch zeigen. Das sieht aus wie das Loch von Hendricks Mutter. Krass. Was? Willst du halt die Geld anschauen? Guck mal da runter. Alter. 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 Ach du Schei. Oh fuck, ey. Vergleicht heute, ja? Alter, das ist ja echt heftig, Mann. So, jetzt wirst du dann. Hendricks einfach so ein Loch. So übelst weit, weißt du, ganz oben vom Berg. Einfach so ein fettes Loch nach unten. Ja, das hab ich aber schon erkundet da unten. Also, da gibt's nix mehr. Was auch cool aus, sieht da hinten. Boah. Kannst du noch mal kurz kommen? Scheiße, jetzt komm mal noch mal kurz. Nach unten, oder? Ja, schau hoch. Ja, schau hoch. Auf den Berg. Ja, warte, ich muss ja erstmal hochgraben. Da musst du aber dann Sichtweite. Hä? Ich glaub, da bist du. Hier hoch, warte. Hier, hier, hier. So. Toll. Hatte, das muss ich jetzt noch in den Part mit rein quetschen. Komm mal her. Ja. Na, ich vereine mich. Sichtweite ganz hoch. Also, jetzt nicht ganz hoch, aber... Hast du relativ hoch? Hm, geht so. Jetzt schau mal da hinten hin. Diese fette Viereck da, dieses Rechteck. Ja, diese fette Höhle da. Ja. Da könnte ich mir auch was geiles vorstellen. Ja, das... Ah nee, das ist ja... Oha, das ist ja übel cool, man. Ja, das ist echt extrem cool. Die Welt ist extrem cool. Ja. Muss man mal so sagen. Echt? Wenn, wenn, wie bei Hendrick da noch die Welt ist, vielleicht ist da ja auch noch richtig geil. Also, bei mir ist auch übelzwige Bürger, Alter. Okay. Kann's ja sein, dass du auch noch ganz in der Nähe bist. Also, ich geh jetzt mal wieder zu mir. Ja, ich geh jetzt auch mal wieder ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall, wie uns da das letzte Mal getroffen haben, nicht weit weg gegangen. Alles klar. Gut, dann wende ich jetzt mal die Aufnahme. Also, die Part. Bis zum nächsten Part. Um estado sonst. Yeah, alles klar.